Aufnahme läuft auch, perfekt. Also, dann geht's mal los. Welchen Schwierigkeitsgrad? Okay, komm, wir machen mal fürs, mach mal schwieriger. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Ja, sympathisch. Kann man sich unterhalten. Geht los. Aufnahme auf Beulah in Puebla. Und wenn ihr habt, längst nicht, dass ihr mit einem Automat-Line Helicopters, hier ist Silverthorn und Letta. Es scheint die Arab Battle Park werden für die Infektion von Box Helden. Sieht nett aus. Ja, das lese ich jetzt nicht vor. Bordereen, Kamera. Besser. 80 geht er auch. Brauche ich wahrscheinlich nie. Halt, 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 halt. Okay, es wird mir alles im Notizbuch angezeigt. Mit N, mit Tab. Da habe ich dann das hier. Wunderbar. Ohne passt, hoffe ich. Nicht zu laut, nicht zu leise. Wie nehme ich denn jetzt die Kamera? Okay, rechte Maustaste. Nachtsicht. Wie mache ich die? Maschallah, wie mache ich Nachtsicht? Ich habe keine Ahnung. So, gucken wir uns mal hier um. Ich bin zu fett für die Tür. Oh Mann. Linke Maustaste, um die Tür schnell zu öffnen. Kann ich ja wieder zumachen? Ach, die zu. Kann ich nicht mehr zumachen. Kann ich nicht mehr zumachen. Ich glaube, die Tür kann man erst dann zumachen. Wieso muss ich rennen? Ich will nicht rennen. Gut, ist zu. Ich habe alles probiert. Kommt man jetzt hier rein? Kommt durch den Keller, wa? Zu. Auch zu. Hala. Leon hat den PUBG verloren. Das war er. Aber hier ist schon ein Fenster gerade. Richtig rumgesneakt. Merks. Nee. Was mit dem Stream. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ist alles zu hier. Da gehe ich jetzt nicht hoch. Da gehe ich jetzt nicht hoch. Sehe nicht. Oh, die Musik. Oh. Ich mache keine Faxen hier. Oh, was am Ende passiert. Der Vater stirbt. Von einem Esel. Ich habe jetzt Ace. Das ist der Endgegner. Der gute alte Esel, ne? Gut, man wird ja die Stromrechnung nicht bezahlt. Das soll jetzt Nachtsichtgerät sein. Das ist doch ein Witz. Jedes Feuerzeug ist heller. Siehst du ja auf dem letzten Drücker erst was. Das tut übel in den Augen weh. Ach, die Scheiße kostet Batterie oder was? Guck mal, der konzentrierte Blick von Pater. Er ist überhaupt nicht konzentriert. Ich bin voll locker. Scheiß geben. Hallo? Warum sind da Schüsse? Batterien irgendwo? Muss. Mutts. Sympathisch das Game. Heistteil, alter. So, es ist, ähm. Ja, wer hätte eine halbe Stunde später anfangen sollen, hätte die Uhr sogar gestimmt. Okay, Phil, patada. Ja. Machen wir mal zu, aus Sicherheitsgründen. Überhaupt kein Taktgefühl hier. Wie kann man das denn leiser zumachen? Geht das nett, oder was? Jetzt mal im Ernst, geht das nicht leise zu? Oh, nochmal drück, linke Maus, zum Öffnen oder Halte, denke. Ah. Bigi, bigi, like. Ja, okay, aber wie macht der das auch wieder leise zu? Weil das ist ja hier... Ne? Baguette und Fischstäbchen. Meine Eltern bringen mir noch eine Pizza mit, Alter. Das wird Killer. Batterie benötigt. Inferrotlicht. Deines Camcorders. Du kannst die Batterien... Keine Ahnung. So sieht mein Rechner hier aus, außerdem, ne? Die haben gefragt, wie der aussieht. Genau so. Ich hab auch keine Kabel hinten, das ist bei mir genauso, und alle per WLAN. So. Ah, J. Ich lese das natürlich nicht durch. Auf YouTube, ihr könnt ja hier Pause machen, wenn ihr wollt, ne? Dann könnt ihr euch die ganze Kacke hier selber durchlesen. Aber das ist mir ein bisschen too little bit. So. Hier ist so, reagier ich auch, wenn ich mit Leon telefoniere. Warte, willst du wissen? Danke, dass ihr das nicht... Ja, ich hab keinen Bock, mir das alles durchzulesen. Das ist vielleicht ganz witzig oder informationsinformativ. Alter, mach doch mal die Scheißtür leise zu, mal im Ernst. Alien ist ja auch hier. Schnucki. Geil. Was ist das denn? Alter. Leon. Mag ja Kyriewurst, aber das... Okay. Okay, warte mal. Kann ich dann jetzt auch... Nur zu Informationszwecken. Sympathisch, wenn alles zu ist. Also, das... Warte mal. Das muss man irgendwie fixen hier. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass der die Türen hier voll zuknallt. Wie macht man das denn leise zu? Das ist doch ein Witz, da lasst du dich lieber auf. Ach so. Es ist nett mehr, danke. Leon, bist du es? Erst ein Pimmel abgeschnitten und dann... Ja. Wenn du im Papst die drei Kanaten würdest... Ja, ist echt so. Gut, so, 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 so. Gibt es auch nichts, batterienmäßig. Huch. Alter, lass den Kopf nicht hängen, ne? Ist das zu laut ein bisschen? Oder passt das? Ich glaube, da hat einer einen Kopf-Fetisch. Oh, keine Batterien hier. Batterien hier. Ah. Das ist... Das ist... The variants. You can't fight them. You have to hide. Get unlocked the main doors. Run security and control. You have to get the fuck out of this terrible place. Wenn Leon und Sandy einkassiert wird. Der hat die ganzen Köpfe hier, alter, krass. Da ist Ace. Den kenn ich doch direkt. Das ist Leon. Olle, haben wir auch hier. Das ist Panda, wenn ich mit dem fertig bin. So. Wo gehts denn jetzt der raus? Hm.